So, mal gucken. Wir gehen rein. Der Chat, es muss laut sein. Es ist ein Horrorgame, ja? Glaube ich. Weiß es aber nicht. Ach, natürlich wärst du so weit gekommen. Hallo, sohn. Your father and I are pretty furious about the way you left us with your previous apartment. It disappeared so fast. What happened? Are you still having your, was? Hallucinations? Oh, also, er sagte, dass wir halluciniert. Das ist alles echt, was wir hier sehen. Also, we couldn't join you by phones. So, your father suggested I wrote you a letter. I know, when I know, you are fine. But God, why are you always so theatrical? Ne, wie ist das? Theatrical? You should have warned us. We know. We had to find your address ourselves. Yes, okay. Now, please contact us. As soon as possible. We will not run after your PS. And by the way, why are you still so much cardboard boxes in the old apartment? The place is filled with these... These... Man, ohne Scheiß, wenn das so laut ist, kann ich nicht lese. Okay. Okay. Okay, Draußenstraße, würde ich sagen, ist ziemlich leer. Geiles Bild. Ich glaube, hier ist mal Musik aus, Junge. Boah, gib mir das auf den Zack. Hätte ich das mal vorher gewusst, hätte ich die vorher ausgemacht. Was schon ein paar haben wir nicht? So, Licht können wir nicht auch... Können wir nicht ausschalten. Ach. Ach, das ist ein Fahrstuhl. Ich bin aus meiner Wohnung rausgegangen. Gott, hoffentlich habe ich Schlüsse mitgenommen. Alles gut. Können wir dazu machen. Die Nachbar ist nicht da. Habe ich da gerade echt den Fahrstuhl gesehen? Nee. Ich würde mal sagen, wir gehen... ...äh... ...nach unten. Okay. Oh. Das ist nicht. Ist das nicht mein? Radio? Ah, da können wir rein. Sehr schön. Nee, aber das sind... ...Indie-Games sind das. Time to go home. Okay. Äh. Okay. So, wir wohnten im zweiten. Richtig? Genau. Im zweiten, geradeaus. Oh. Ich wusste gar nicht, dass ich Besuch habe. Okay. Bitte gern nicht bewegen. Scheiße. Okay. Alles ist gut. Ach, stimmt. Und die Boxen? Wo sind sie? Whatever. Ich bin exaustiert. Ich muss zu Hause gehen. Stimmt. Ah, halluziniert. Das ist... Ist ja egal. Wir gehen jetzt schlafen. Da war gar nicht... Ah. Bevor wir schlafen gehen... Äh. Okay. Ist egal. Wir gehen einfach schlafen. Die Wohnungstür kann offen bleiben. Ja. Ist wahrscheinlich die Studentenwohnheim. Alles gut. Ist nicht schlafen. Äh. Was ist denn jetzt passiert? Hä? Seems like... Was? Irgendjemand ist behind... Ja. Das ist unser Nachbar. Gleich doch. Da. Hallo. Ah, das ist unser guter Nachbar. Ja, das ist unser guter Nachbar. Ah, ich würde sagen, wir gehen wieder schlafen. Ah, das ist unsere Sonne geht auf. Würde ich jetzt einfach mal behaupten. Kalidea, du hättest das erste Game sehen müssen. Das war geil. Das war... Das war echt gruselig. Wo denn? Ja. Er folgt uns nicht, Samar. Warum sollte uns das Ding denn folgen? Okay, vorhin stand das Radio dort. Alter, wie geht der denn duschen? Gar nicht. Okay. Okay, die Batterien gehen leer. Scheiße, was stand da, Chad? Nein, ach jetzt. Wherever you go, I always be there with you. Ah. Er wollte eigentlich rein, äh, raufschreiben, äh, raufschreiben, and I will always love you. Dank. Also irgendwie, äh. Ja, wo ist der Rest? Meine Küche sieht anders aus. Oh, hi. Mein Stalker. Hallo. Er hat ein Auge in seiner Brust. Hi. Alles in Ordnung. Kannst wieder schlafen gehen, Nachbar. Ey, ich hab die Musik ausgewacht. Alles gut. Na, ich muss zur Arbeit. Ist nur mein Nachbar. Alles gut. Alles gut. Wir kennen uns. Ähm. 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 Ja, der hat krasse Halluzinationen between these walls. Thank you for playing. Thank you for making the game. Oh, die Musik hat sich gerade schön angehört. Äh, äh, angehört. Ey. Ich führe das Komplette. Ich möchte den, äh, vollen Song davon haben. Untertitelung des ZDF, 2020